Ja, ich glaube Flo, man hat es gesehen, dass wir lange auf so einen Spieler gewartet haben, der Verantwortung übernimmt, der spricht, der die Leute stellt, der sich nicht scheut, in die Zweikämpfe zu gehen und wie gesagt, hinten ein Lieder ist und die Jungs führt. Das hat man gesehen. Daher haben wir wieder durch eine Standardsituation vorausgegangen. Für uns eine Standardsituation, die wir katastrophal gespielt haben, leiten wir dann Konter ein. Das darf natürlich nicht passieren. Ich meine, ein ruhender Ball, eine Standard, die müssen wir auch mal vernünftig in den 16er reinbringen. So sind wir wieder in Konter gelaufen, dadurch entsteht die Ecke und passiert halt sowas. Aber ich bin mit dem Auftritt von Florian Brosser sehr zufrieden.